Was der Mann dieser Frau angetan hat, schockiert die ganze Welt. In einer kleinen Stadt, umgeben von dichten Wäldern, lebte eine junge Frau namens Sophia. Eines Tages, als sie allein durch den Wald spazierte, wurde sie plötzlich von einem fremden Mann überfallen. Er packte sie grob und zerrte sie tiefer in den Wald hinein, fernab jeglicher Zivilisation. Sophia kämpfte verzweifelt gegen den Angreifer an, doch seine Kraft übertraf ihre. In ihrer ausweglosen Situation flehte sie innerlich um Hilfe. Plötzlich erschien aus dem Dickicht ein majestätischer Wolf, der den Mann mit einem tiefen Knurren bedrohlich anfunkelte. Der Mann, überrascht von der plötzlichen Erscheinung des Wolfs, ließ von Sophia ab und wich zurück. Der Wolf stellte sich schützend vor Sophia und fixierte den Mann mit seinen eisblauen Augen. Das Knurren des Wolfs wurde lauter und drohender. Der Mann ergriff die Flucht, während der Wolf wachsam an Sophias Seite blieb. Er begleitete sie sicher aus dem Wald heraus und sorgte dafür, dass sie unversehrt nach Hause zurückkehrte. Sophias Geschichte verbreitete sich wie ein Lauffeuer und sorgte für Schock und Bewunderung auf der ganzen Welt. Die Menschen waren erschüttert über den Angriff auf die junge Frau, aber auch fasziniert von der unerwarteten Rettung durch einen Wolf. Der Wolf wurde zum Symbol für Schutz und Tapferkeit und Sophia fand Trost in der Tatsache, dass in ihrer dunkelsten Stunde ein unerwarteter Verbündeter zur Stelle war, um ihr zu helfen. Von diesem Tag an wurde der Wald als heiliger Ort betrachtet, wo Mensch und Tier in Harmonie miteinander existierten und der Wolf wurde als Beschützer der Unschuldigen verehrt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video. For President.